Okay, das ist die zweite Folge Lichtenberg, das Burg in Bauen. Ja, wir sind im Rathaus noch, wir gehen da hin und wir schauen auf das Turm und wo war dieses eine Grenze mit DDR. Das ist Deutsche Demokratische Republikum. Republik. Hallo, wir sind bei einer Pension, das ist das. Okay. Du sag, wenn hinter mir ein Auto kommt. Entschuldigung für die Kamera, weil ich muss noch mein Ding halten. Ja. Ja. Fahrrad also? Und Kamera. Ja. Ja, also Sack. Okay, das ist Fortgasse. Ja, das ist ein großes, großes Burg und das war, wir haben schon gesagt, ungefähr 400 Jahre vorher. Ja. Ja, ihr seht wie aus Steinflächen. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja. Verrückt ein bisschen. Das Stein hat die Häuser gebaut. Da kommt so ein Auto. Daniel! Na? Ja. Okay. Das war noch die alte... Lauter. Das war die Mauer. Und dort war das ein Zettstahl. Lauter. Das war die zweite Folge von Lechtenberg, das Burg im Bauern. sectuell ist mit einer Be Beobereaktionung.